Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crysis 2 Max Momentum. Das war ich schneller. Ach Gott, schau. Zack. So. Meine Großwaffe ist natürlich weg. Alles okay. Falscher Alarm. Bewegung auf der Straße. Zwei, vielleicht drei Uhr los mit dem Konterie einreiten. Ganz, ganz. Mich haben sie nicht gesehen. Das würde ich ja sehen. Oh, oh. Achso. Da, 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 das haut so lange. Oh. Oh Gott. Gib mir meine 500 Punkte. 300. Ja, natürlich. Achso. Sieht sicher aus. Keine Ziele zu sehen. Feuer sofort einzeln. Ans MG. Häh? Achso, von da oben kommt das Licht. Naja. Ich meine, hier ist dieser. Huch. Das ist gut. Achso. Muss weiter. Könnte ich an die Waffe, dass ich die mitnehme? Ah. Achso. Huch. Dann kann ich nichts machen. Huch. Steht hier so. Ja. Huch. Steht hier so. Finde und aktiviere die Zünder. Ah, also die Waffe habe ich schon. Ob das jetzt hier die beste Idee war, weiß ich leider nicht. Aber ich klopfe mir mal ganz leise auf die Schulter und sage mal, habe ich gut gemacht, das du ich rushen? Denn wie gesagt, angeblich soll man das Spiel komplett durchspielen mit nur durchrushen ohne einen Schuss. Na gut, halt außer die, klar, die du musst. Logo. Uh, was ist ja jetzt getauscht? Nein. So ist du. Einer grünen. Noch zwei. Okay. Zwei Mal grünen. Einer noch. Na los, Mann. Unten? Into the Gellar. Und jetzt raus, 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 raus. Kommt gleich, jede Wette. Das war's. Alles gut. Und jetzt nichts wie raus da. Geht's runter, hier geht's hoch. Oh. 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 Lass mich doch in Ruhe. Ach so. Ähm. Kommt schon, ihr Schweinsteier. Ach so. Torus, freisamer Fall. Stimmt, ihr den Drecksklass. Wir sind überall. Wir können ihn. Ruhe. Torus, ab Boden. Der Hole. Torus, ab Boden. Niemand muss den Tänder holen. Panzerung. Ne? Drück doch jetzt. Oh, was ein Glück, ey. Puh. Ah, jetzt hab ich mir... Ich hab grad mich zu doll gekratzt, das tut jetzt ein bisschen weh. Verdammt, ja, genau so. Erkutras, zurück hierher. Wir geben ihn Deckung. Los, los. Geh zum Tor, mein Herz, hier rücken. Feindlschung. Unterbüschung. Ah. Das kitzelt. Das kitzelt. Koloss. Wo? Falsch verstanden. Ich dachte, ich muss da hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss da... Wow, und der ist hier drin. Was, der schon? Wow. Vielen Dank fürs Zuschauen. Scheinbar. Wir gehen uns jetzt ganz schön verdammt schnell. Aber nämlich... Ich bin da um noch rum, schreibt den Kommentar, wie ich das Video gefallen hat. Ach, da redet ich auch. Die Evakuierung von den Plattformen der unteren Ebene beginnt um Geld. Sanitätsteams sofort dorthin. Ausrüstung liegen lassen. Und nur die Überlebenden mitnehmen. Bravo, Kompanie unterstützt. Jeder Zug bekommt eine bewaffnete Eskorte. Kompanien Alpha und Echo. Sie halten die oberen Ebenen und den Bahnhof, bis die primäre Evakuierung abgeschlossen ist. Überlegt uns schnell, Männer. Wir lassen niemanden zurück. Das ging wirklich schnell. Ah ja, gut, ich bin durchgerusht. Klar. Ciao.